Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 15. April. Heute haben wir dabei Wear OS, Zoom, die Tagesschau, YouTube Music und den YouTube Videobilder. So, beginnen tun wir mit Wear OS. Da verteilt Google gerade ein Update. Das ist jetzt erstmal nichts Wildes. Das Update ist Version 5.4.0. Also keine großen wesentlichen Neuerungen, aber die Uhr-App auf der Smartwatch hat dann einen Timer, der euch daran erinnert, regelmäßig die Hände zu waschen und dann entsprechend auch das 40 Sekunden durchzuziehen. Nach drei Stunden erfolgt dann der nächste Hinweis und ist in Sachen von Corona ein nettes Feature. Kann man bestimmt nutzen, aber man kann es natürlich auch deaktivieren, wenn man es nicht möchte. Und bleiben wir ruhig mal beim Thema Corona. Dadurch ist ja das Thema Online-Arbeiten und Videokonferenzen nochmal hochgespült worden. Und eine der meisten genutzten Apps war der Dienst Zoom. Und ja, Zoom hatte ja durchaus seine Probleme in Sachen Sicherheit und Datenschutz. Und ja, ein bisschen nachgemessert in vielen Bereichen und unter anderem jetzt für zahlende Zoom-Kunden gibt es jetzt die Möglichkeit, ab dem 18. April ein Datencenter auszuwählen, beziehungsweise eine Region, wo das Datencenter von Zoom steht und somit zu entscheiden, über welche Länder die Daten geroutet werden. Und zur Auswahl werden dann stehen USA, Kanada, Europa, Indien, Australien, China, Lateinamerika, Japan und Hongkong. Die Nutzer der kostenlosen Lösung sind in der Standardregion einfach weiter unterwegs und für die meisten ist das dann entsprechend die USA. Auf jeden Fall ein gutes Feature, auch wenn es schön wäre, wenn die kostenlosen Nutzer das auch nutzen könnten. Aber die müssen halt auch Geld verdienen, kann ich auch nachvollziehen. Ja, die Tagesschau, die hat ja Apps für iOS und Android und beide wurden geupdatet. Bei Android hat sich nicht viel getan, bei iOS war aber ein komplettes Redesign am Start und das Feature, was immer alle haben wollen oder wenn du nicht weißt, was für ein Feature du bringen musst, dann bringst du deine App neu raus im Dark Mode. Ja, also die Tagesschau jetzt in der Version 3.0.0, auch im Dark Mode. Gibt auch, ja, neun Bereiche, der Bereich Top und da gibt es kuratierte Nachrichten mit einem schnellen Videoüberblick, so wie in einer Story bei Instagram und Co. Ja, also könnt ihr euch durchaus angucken, da habt ihr natürlich auch die neuesten Nachrichten in Sachen Corona und damit schließen wir das Thema auch für heute und gehen zu was ganz anderem, YouTube Music. Die sollen ja jetzt mittelfristig Google Play Music ablösen und der Musikdienst von Google sein und sich dementsprechend auch ein bisschen vom Thema Video ja nicht lösen, aber den Fokus vielleicht auch mal auf Normals Audio schieben. Und bislang gab es den Bereich Hotlist, der wird jetzt in der App entfernt und dafür kommt ein Explore-Tab, also Entdecken hinzu, ähnlich wie auch in vielen anderen Apps und so sollt ihr einfach schneller zu neuer, aktueller, interessanter Musik kommen, die für euch passt und ja, wenn ihr entsprechend YouTube Music nutzt, dann könnt ihr euch das auch angucken. Und wenn wir schon bei YouTube bleiben, die haben jetzt auch ein neues Feature, nee, kein neues Feature, ein neues Tool gelauncht und zwar den YouTube Videobilder. Der richtet sich an KMUs, also kleine mittelstimmische Unternehmen, die damit relativ einfach mit ihren Assets, also mit ihren Bildern, Logos, Texten, ein Video erstellen können, praktisch ein kleiner Video-Automatisierungs-Baukasten. Der greift dann auch entsprechend auf die Musik-Library von YouTube zu, also das Ganze wird mit Musik unterlegt und Grundvoraussetzung ist eigentlich nur ein Google-Account und ein YouTube-Kanal, dort liegt dann das Video und das kann man dann auch frei nutzen. Also man kann es auf deine Seite einbetten, damit machen und tun, was man möchte und natürlich auch, das ist wahrscheinlich dann auch die Idee, dahinter natürlich auch YouTube-Ads via Google-Ads schalten. Also, ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, auch gerade für, ja, wie gesagt, kleine mittelständische Unternehmen, die da vielleicht kein Geld für, auch jetzt gerade in der Situation haben, aber trotzdem natürlich auch mit Video weitaus mehr Aufmerksamkeit für sich, ihre Dienste, ihre Produkte erzeugen können. Ja, und das war es dann auch schon für heute Bergfest. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bleibt positiv. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.